Wie es heute abend weitergeht. Wir können leider im Moment die Show nicht weitermachen. Wir haben ein Problem, ein technisches. Also geht bitte alle zu den Ausgängern in Ruhe und sammelt euch bitte draußen. Vor der Halle geht bitte ganz nach draußen und dort erfahrt ihr dann, wie es weitergeht. Wir bitten um Verständnis, aber alles wird gut. Vielen Dank für eure Mithilfe und geht bitte ganz langsam nach draußen. Dankeschön. Vielen Dank.